Die Sommer werden immer heißer, die Wohnung komplett überhitzt. In den heißen Nächten ist an Schlaf nicht zu denken. Die Lösung heißt Livington, die Nummer 1 für effektive Luftkühlung. Hat ab jetzt einen schlanken, aber bärenstarken Bruder. Livington Chill Tower Max, der Maxi-Tower mit der vollen Kühl-Power. Livington Chill Tower Max ist die Revolution am Markt der Luftkühlgeräte. So schlank wie er ist, so stark kühlt er ihre Umgebung. Extra schnell, angenehm erfrischend ab. Komplett ohne Chemie, nur mit der geballten Kraft von gekühltem Wasser. Verwandeln Sie unerträglich heiße Bereiche in erfrischend kühle Wohlfühloasen. So geld- und stromsparend wie nie. Denn Livington Chill Tower Max verbraucht über 90% weniger Energie als herkömmliche Klimaanlagen. Und gerade mal so viel Strom wie eine herkömmliche Glühlampe. Der absolute Wahnsinn. Livington Chill Tower Max wird ab Tag 1 Ihr täglicher Begleiter an jedem heißen Tag. Er kühlt perfekt im heißen Wohnzimmer, bringt Erfrischung bei Hausarbeiten, Abkühlung in der Küche oder im Bad. Im stickigen Büro wird es wieder angenehm kühl. Arbeiten in der brennheißen Garage machen wieder Spaß. Spüren Sie Kühlung im Trainingsraum, im Arbeitsraum zu Hause oder auch im Wohnwagen. Sie und Ihre Familie werden endlich wieder in angenehm kühlem Klima wie im siebten Himmel schlafen. Inmitten von erfrischter, reiner, kühler Luft. Und das Beste, Livington Chill Tower Max ist nicht nur schlank und stylisch, sondern auch ein super Leichtgewicht. Tragen Sie ihn einfach mit einer Hand von Raum zu Raum, wo immer Sie ihn brauchen. Die Handhabung ist so einfach wie genial. Keine Montage. Stellen Sie Livington Chill Tower Max auf, füllen Sie kaltes Wasser in den 2,6 Liter Wassertank. Für den extra Kühlkick legen Sie das gefrorene Coolpack in den Wassertank und starten Sie Livington Chill Tower Max. Auf Knopfdruck fühlen Sie kühle, erfrischte Luft rund um Sie herum. Bis zu 12 Stunden lang mit nur einem Wassertank. Einfach genial. Sie haben vier flexible Geschwindigkeits- und Kühlstufen. Individuell nach Ihren Bedürfnissen einstellbar. Niedrig, Mittel, Hoch und Turbo. Die praktische Timer-Funktion. Stellen Sie nach Wunsch auf 2, 6, 8 oder 12 Stunden Abkühlung ein. Das Gerät schaltet sich dann automatisch ab. Perfekt, wenn Sie in mitten angenehm gekühlter Luft in den Schlaf gleiten wollen. Die geniale Swing-Funktion. Auf Knopfdruck schwingt G-Tower Max perfekt gekühlte Luft von einer Seite auf die andere. In kürzester Zeit wird Ihre gesamte Umgebung extra schnell erfrischend kühl. Und das intuitive Touch-Bedienfeld mit zwei Helligkeitsstufen. Für Ihr optimales Lichtsetting auch in der Nacht. Und das alles mit der natürlichen Kraft von reinem Wasser. Ohne Chemie, ohne Kühlmittel, umweltfreundlich und extrem energieeffizient. Das kann nur der wahre Kühl-Champion. Levington G-Tower Max.